FUTUR SIEBEN Ich konnte über meinen alten Bekannten André, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orgen schicken. Zumindest wird Mela wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe. Nein, aber auch noch nicht davon zurückgetrieben. Heiße Jagd. Ja. Ah! Du steckst ernsthaft in der Kleine, Mann. Aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde. Und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause. Zur Polis zurück. Ja, es gibt keinen direkten Weg, hier ist alles abgelehnt. Ich bin der Scheiße. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe an der Oberfläche eine Außenposte. Die Kirche in den Sümpfen. Probiere es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Was mich betrifft. Ich habe mein Leben neu begonnen. Habe Kuznetzky Most verlassen. Die Roten haben die Station völlig unterwandert. Suchen nach Verrätern und Spionen. Schicken Leute in Lager. Oder erschießen sie einfach. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Guck mal hier was Interessantes. Und aus der ganzen Roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten bauen? Also, wir haben auch etwas gebaut. Aus dem Zeug, das die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal... Dieses Baby ab! Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch. Man kann nicht jeden retten. Also, nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht. Und sagst sie, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Geiles Gerät, muss man mal sagen. Geiles Gerät. Leertasche, Mutti. Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwachsen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los. Es ist ein langer Weg. Du solltest keine Zeit vergeuden. Ja. Tschüss. Danke für deine Hilfe, ja. Natürlich auch. What? Achso. Ah. Okay. Cool. Ich kann fahren und... Und gleichzeitig schießen. Ich kann mich nicht happen. Wow. Oh! 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 E? Oh! Ah, hier kommen wir rein. Sind offensichtlich richtig. Oh! Hallo! Oh. Alter, ich habe viel zu tun. Woa, 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 woa! Okay. Run, hey. Hey, we still do this. That's all over the people. Yeah, super. And that's all over the place. That's all over the place. Yeah, super. I sprint now, Hannelore. Splitt. 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 Einfach auswürzt. Und doch. Ich würd sage, ich mach hier mal kurz ne Pause und ich bin gleich wieder da. Bis dahin. Tschüss. So, das bin ich auch schon wieder. Nämlich genau genommen. Fünf Minuten später. Ich will die Vorzeit erzählen. Jetzt sind wir nur an der gleichen Stelle. Und wir machen jetzt mal E. Und das funktioniert jetzt. Rein in mein kleines Baby. Rein in meines kleinen Baby. Ich glaub, ich glaub, ich muss mal Gasmus gravziehen. Ich glaub, ich muss mal den Ton daheim am Headset ein bisschen leiser machen. Egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Ah. Cool. Cool. Ein Schiffkamin. Kann ich mir auch noch nicht begeben. Ich will den mal ein bisschen umeinander schieben, oder? Wie du sagst. Wie? Wie? Wie ist das? Wie? Wie. Wie ist das? Ich glaube, fast ist gewolltisch. Nix da! Ich setze den Berg auf oder was? Scheiss! Tee, fällt ja nichts! Ah, schau, wir sind genau unter der Oberfläche. Ah! Was soll jetzt das? Was soll denn jetzt das? Wieder aussteigen, was ist denn das? Warte mal, warte mal! Warte mal! Tschüss, ich glaube! Ah, wir flieg fahren! Warte mal gerade ausfahren! Hä? Wieso! Wieso, zum Teufel geht das nicht? Hey! Ich stelle ihn dann die Weiche da an. Du, oder? Wow. Ich glaube, da sollte die Ittl angehen. Offiziell. Hm. Hä? Also, ganz ehrlich, ich glaube... Du musst... Das holzt ihn da doch, glaube ich. Bing, 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 bing! Ja, aber schau, das... Hä? Hä? Warte mal... Ein Feuerzeug vielleicht? Nein. Nein. Wird nur... Brandkarnat ausgestattet. Ich so zum Teufel... Kann ich... Kann ich... Das Brandkarnat, die doch scheiß... Zum Henker! Wieso? Wieso? Im Teufel kann ich hier Brandkarnat... Was... Was sein kann... Was sein kann für ein Genie, die es umstellt? Weil da... Vielleicht... Das Fahrzeug... Oh, shit!